Morgen ist Stichtag. Aber nicht nur morgen ist die Wahl in Thüringen und Sachsen. Nein, Stichtag ist eigentlich fast jeden Tag in Deutschland. Heute habe ich zwei Berichte von euch, die sich mal wieder mit Menschen aus fremden Kulturkreisen beschäftigen, die hier auffällig geworden sind. Das Ganze natürlich medial dokumentiert. Hinterlass mir jetzt ein kostenloses Abo und aktiviere die Glocke, damit du zukünftig solche Videos nicht verpasst. Ich hoffe, du freust dich über die Neugestaltung der Thumbnails. So erkennst du jetzt direkt, welches Video von mir ist. Mit dieser wunderbar wiedererkennenden Wabe im Hintergrund. Fangen wir als erstes an mit einem jugendlichen 16-Jährigen, der in Chemnitz eine besondere Erfahrung gemacht hat. Er wollte zwei jungen Frauen, die 17 und 18 Jahre alt waren, helfen und wurde dann von zwei Syrern am Montag in der Straßenbahn bereichert. Die Täter sprachen Arabisch und es handelt sich hier nicht um einen 16-Jährigen Michael, der hier zur Hilfe geeilt ist. Nein, der 16-Jährige Junge, der hier zur Hilfe eilen wollte, hieß Abdul. Also wir haben hier auch wirkliche gut integrierte Menschen, die noch etwas von Zivilcourage verstehen. Tja, leider ging das Ganze für diesen lieben Herren nicht so gut aus. Der 16-Jährige liegt in der Klinik und wir können nur hoffen, dass er schnell wieder gesund wird. Aber es wird ein langer, langer Genesungsprozess. So viel kann ich schon mal verraten. Aber was lehrt uns das denn alles? Es zeigt uns mal wieder, wir haben ein Problem in Deutschland. Wir haben ein Problem mit kriminellen Jugendlichen. Und meistens sind diese kriminellen Jugendlichen auch noch Neubürger, die sich hier nicht an die Gegebenheiten und die Geflogenheiten von Deutschland halten und alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, bereichern. Was wäre mit den jungen Frauen passiert, wenn der Abdullah da nicht dazwischen gegangen wäre? Man weiß es nicht. Vielleicht eine weitere Bereicherungstat in öffentlichen Verkehrsmitteln. Das wäre ja nichts Neues und würde keinen überraschen. Außer die beiden Frauen, die bereichert werden. Aber so eskaliert natürlich eine verbale Auseinandersetzung ganz schnell. Aber zum Glück sind ja bald Wahlen. Um nicht zu sagen, morgen. Und ich glaube, in Sachsen und Thüringen wird sich so einiges bewegen, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht so ganz toll finden wird. Ich sag nur Rundfunkbeitrag. Ich habe aber natürlich noch einen weiteren Vorfall für euch. Ihr wisst ja, dass ab und an auch mal Abschiebebescheide an Invasoren bzw. Sozialmigranten ausgestellt werden. Also heißt, da klingelt dann Düsi an und dann heißt es, du kommst bald nach Hause. Und das war jetzt bei drei türkischstämmigen Männern offenbar der Fall. Ein Abschiebebescheid ist eingegangen und offenbar wurde dieser ganze Frust, der sich da entladen hat, an Sicherheitsmännern in der Asylunterkunft entladen. Was soll man sagen? Ich bin mir auch sehr sicher, dass die Sicherheitsmänner der Asylunterkunft kein Michael und kein Johannes gewesen sind. Und dementsprechend auch hier Menschen zu Schaden gekommen sind, die möglicherweise Mohammed, Ali oder Yusuf hießen. Die zwei Täter, die gefasst wurden, ein 23-Jähriger und ein 29-Jähriger Türke, haben die Tat gestanden und sind demnach wieder auf freiem Fuß, weil man kenne ja die Adresse. Wenn doch schon ein Abschiebebescheid eingegangen ist und die jetzt straffällig geworden sind, warum zur Hölle lässt man die dann wieder laufen? Sondern kassiert sie einfach bis zur Abschiebung ein, weil wir kennen das ja, dass Abschiebungen öfters mal mit einem kurzzeitigen Verschwinden der gesuchten Personen enden. Und wir haben ja gestern gesehen, dass das erste Flugzeug abgehoben hat und wäre es jetzt politisch gewollt, dass diese Menschen das Land verlassen, hätte man sie vielleicht direkt mitnehmen können. Die Männer haben nicht nur die Sicherheitsmänner verprügelt, nein, sie haben daraufhin auch noch das Büro des Sicherheitsdienstes zerlegt. Die Männer sollen jetzt in eine staatliche Unterkunft verlegt werden und die Anzahl der Sicherheitskräfte wurde auf vier verdoppelt. Damit ist natürlich das Problem gelöst, statt die Menschen des Landes direkt zu verweisen. Sie sind ja schließlich jetzt straffällig geworden. Ich komme aber immer noch nicht darauf klar, dass die Männer einfach auf freien Fuß gelassen wurden. Aber vielleicht ist das genau das, was uns jetzt auch in den nächsten Wochen erwarten wird. Einmal medial abgeschoben und jetzt heißt es dann erstmal wieder alles wie zuvor. Ich hoffe, dass sich in Deutschland etwas ändert und zwar drastisch, weil anders wird es sehr, sehr schwierig in Deutschland. Jetzt noch die Bienenfrage am Schluss, damit ich euch mit einem positiven Gefühl in den Samstag entlasse. Freude strahlend auf die Wahlen morgen. Woran können Bienen erkennen, dass sie zum selben bzw. gleichen Volk gehören? Das ist relativ einfach am Geruch. Aber Bienen können natürlich auch, wenn es mit ihrem Volk zu Ende geht, sich einfach bei anderen Völkern einbetteln. Weil Bienen sind natürlich arbeitswillig und leben für die Arbeit. Sie bringen Völker nach vorne und wenn Bienen sich beispielsweise einbetteln wollen, sie aber beispielsweise ein Virus in sich tragen, zum Beispiel Paralysevirus oder ähnliche Krankheiten, die das Volk schwächen würden, dann werden diese nicht ins Volk hineingelassen. Zumindest, wenn das Volk gesund ist und die Wächterbienen solche Bienen abfangen. Ach, wie wäre das schön, wenn sowas auch umgesetzt würde in Deutschland. Man könnte sich ja mal ein Beispiel an Dänemark nennen. Aber das ist natürlich Bububöse und gehört sich nicht in Deutschland. Also genießt den heutigen Tag und holt schon mal das Popcorn raus, denn morgen wird es bestimmt sehr, sehr interessant. Ich werde vermutlich erst am Montag auf das Wahlergebnis eingehen. Vielleicht kommt aber auch Sonntagabend noch ein kleines Update-Video. Ich hoffe, ihr bleibt mir gewogen und klickt jetzt immer schön meine Thumbnails an mit der wunderbaren Wabe. Das würde mir sehr, sehr weiterhelfen und nicht vergessen, die Videos zu teilen.